107 Uhr, Spezial, EI Hagen hat einen neuen Oberbürgermeister gewählt. Es passt zur Dramatophie des Abends, dass wir Ihnen den Namen erst in 1, 1,5 Stunden sagen können. Bis dahin sind Sie live bei der Auszählung der Stimmen dabei, hier im Ratssaal und mit 107 Radio Hagen. Ein ganz herzliches Willkommen auf den unterschiedlichen Fanblöcken hier im Rathaus an der Vollmer. Ja, Hagens neuer Oberbürgermeister heißt, auf den Satz freuen wir uns schon, wir wissen auch schon das Ergebnis, aber dürfen es wie gesagt noch nicht sagen. Wir werden Ihnen aber gleich zuerst sagen, wer die meisten Hagener überzeugen konnte. Ich kenne gar keinen von den beiden. Ich habe auch noch etwas gesehen, so ein kümliches Fahrzeugstall hier. Ich kenne ihn absolut überhaupt gar nicht, ja. Ich weiß glaube nur von dem Demnitz, ist das richtig? Ja, er kandidiert ja wieder, das weiß ich jetzt im Moment nicht. Also er kandidiert nicht mehr, das können wir glaube ich sagen, aber er ist gleich unser Gesprächspartner und wir freuen uns auf einen spannenden Abend. Wir hoffen, Sie haben auch viel Spaß und viel Zeit mitgebracht und freuen sich auf das Ergebnis. Wolfgang Bratz und Robin Himmer. Hagen hat gewählt, neben dem neuen Oberbürgermeister, den Stadtrat und die fünf Bezirksvertretungen. Zunächst wird in den nächsten Minuten, die werden die Stimmen für den Oberbürgermeister ausgezählt. Wir rechnen etwa in 10, 15 Minuten auch mit den ersten Ergebnissen. Derweil ist der noch amtierende Oberbürgermeister Peter Demnitz hier eingetroffen und wird diesen Abend vermutlich etwas entspannt verfolgen. Herzlich Willkommen. Wolfgang Bratz hat gerade gesagt, Sie werden das entspannt verfolgen, entspannt, vielleicht aktiv, erholt von einer Ratte am Wochenende. Ist das denn wirklich so ein entspanntes Gefühl oder ist auch Anspannung natürlich da, weil es ja eine wichtige Wahl ist in drei Fragen? Die Anspannung ist natürlich da, aber es ist eine andere Anspannung als vor fünf Jahren. Jetzt wird in ein paar Wochen das Büro übergeben und ich meine das jetzt natürlich auch ein bisschen bildlich. Übergeben Sie das aufgeräumt oder sind da noch viele große und kleine Akten, Berge oder Stapel? Wie meinen Sie, sind Sie da zu Ihrem Nachfolger? Also ist es sehr aufgeräumt oder nicht so? Also ich habe mit Wilfred Hahn damals eine wirklich vernünftige Übergabe gemacht und das werde ich auch mit meinem Nachfolger so machen. Das wird aufgeräumt sein und er wird auch auf wesentliche Dinge hingewiesen werden und ich denke mal, das wird in aller Form, egal wer es wird, in aller Form geschehen. Herr Demnitz, täuscht der Eindruck oder waren Sie erleichtert, nachdem Sie im vergangenen Jahr für sich beschlossen hatten, nicht noch einmal anzutreten? Der Eindruck täuscht nicht. Es war schon ein erheblicher Druck aus vielen Faktoren bestehend und nachdem ich für mich die Entscheidung getroffen habe, war ich schon ein Stück erleichtert. Ich habe aber auch gesagt, ich werde mein Amt bis zum Ende der Legislaturperiode auch mit Anstand und Effektivität zu Ende bringen. Konnten Sie sich 2004 vorstellen, dass Sie doch so wenig Spielraum in Ihren Entscheidungen letztlich hatten? Die Verschuldung der Stadt wurde größer zwischenzeitlich. Ein Jahr war fast schon ein Sparkommissar hier. Ist das eine Sache, die Sie doch ein bisschen überrascht hat? Überrascht schon, das darf ich so sagen, denn mein damaliger Konterent Christoph Gerbersmann und ich haben ja schon als Fraktionsvorsitzende versucht, in kooperativer Zusammenarbeit hier den Schulden der Stadt Hagen herzuwerden. Nachdem ich gewählt worden bin und er dann auch in den Dienst der Stadt Hagen getreten ist, wollten wir das fortsetzen, sind dann aber durch verschiedene Ereignisse überrollt worden und nicht zuletzt auch durch das Geschäft, was vor meiner Amtszeit vorbereitet worden ist, was ja den schönen Namen C. M. Smeffler das. Wir wollen jetzt natürlich die Geschichtsbücher noch nicht vollschreiben heute mit der Ära Demnitz, aber vielleicht einfach mal so aus dem Gefühl heraus. Was meinen Sie, was bleibt hängen von dieser Ära? Wir haben gerade darüber gesprochen, dieses Damoklesschwert mit der Finanzbelastung und so weiter, Zinswetten, wird sicherlich auch erwähnt in diesem Artikel im Geschichtsbuch, aber was ist so aus Ihrer persönlichen Sicht das Wichtige, was hängen bleibt? Das kann ich nicht beurteilen, das müssen andere beurteilen. Ich denke mal, das, was wir am Wochenende gemacht haben, hier das Museum eröffnen, das ist wirklich ein Highlight gewesen, ist aber auch schon vorher vorbereitet gewesen. In meiner Amtszeit ist es, also zum Ende meiner Amtszeit ist die Eröffnung gefallen, insofern ist mein Name damit verbunden, aber da will ich mich auch nicht mit fremden Fehlern schmücken. Das haben wir in einer wunderbaren Gemeinschaftsarbeit gemacht und ich hoffe, dass wir die Stadt Hagen hier auch ein ganz gutes Stück nach vorne gebracht haben. Wie ist der Eindruck von dem Wahlkampf? Sie nannten das Museum 2004, war das Museum, die Kindergärten, das waren die Themen 2004. Ich denke, diesmal ist es eigentlich so ein bisschen dahin gepätschert, sodass man auch gar keine richtige Idee hat, wer könnte die Wahl heute gewinnen. Also ich darf das mal so sagen, jeder weiß, dass ich auch parteilich gebunden bin und auch gebunden bleibe, aber für mich war der Wahlkampf in diesem Jahr zur Kommunalwahl etwas diffus. Ich darf das so sagen, es hat für mich keine direkten Reizthemen gegeben, man hat sich nicht aneinander gerieben. Ich darf noch mal einen Eindruck hier schildern, ich möchte noch mal genießen, wo dann die Reizthemen waren in den Medien, habe ich sie nicht erleben können. Ich denke mal, dass sich die Kandidaten ums Beste bemüht haben, aber ob es für den Wähler gereicht hat, die richtige Auswahl zu treffen, aufgrund der Aussagen, da habe ich meine Zweifel. Herr Demmels, Tipps, Wünsche an den Nachfolger? Einen langen Atem haben, sich bewusst zu sein, dass die Verwaltung, auch wenn sie immer wieder parteilich irgendwo zugeordnet wird, ein eigenes Leben führt. Und man da auch mit umgehen muss, mit seinen Mitarbeitern, man muss sie auch entsprechend führen. Und ich denke mal, das ist eine ganz wichtige Aufgabe, denn sonst zerfasert es hier in dieser Stadt. Aber ich glaube, da sind diejenigen, die ernstzunehmenden Kandidaten, auch durchaus in der Lage, das zu leisten. Den langen Atem haben wir auch bis 21 Uhr, mindestens übertragen wir live auf 107 Radio Hagen und werden natürlich gleich die Ergebnisse auch liefern. Ihnen auch einen spannenden Abend, genauso wie Ihnen natürlich hier. Vielen Dank, Peter Demmels, Oberbürgermeister der Stadt. Verlässliche Ergebnisse liegen hier noch nicht vor. Ich schaue aber mal Frau Fleischer über den Rücken, die hier im Ratssaal mit ihrem Kollegen am Computer sitzt. Es ist genau von 179 Stimmen, ist einer ausgezählt. Und wo soll der her sein? Wer ist Frau Fleischer eigentlich aus? Vermutet hast du bald, es sind jetzt 44,9% für Jochen Weber sind und 17,9% für Jörg Lehm. Also das ist eine Zahl, auf die man sicherlich in den nächsten Minuten bauen kann. Wir wollen noch ein paar Sätze sagen. Die Zahl ist noch wackelig. Die Zahl ist wackelig, kann ich natürlich stabil sein. Eins ist auf jeden Fall klar, wenn jetzt heute der Kandidat nicht antritt oder wenn sonst was schief geht bei der Wahl, haben wir einen. Wir haben einen Alternativkandidaten, einen langen Atem hat er auf jeden Fall. Meine Damen und Herren, liebe Leute, komm, ich mache es. Ich nehme die Wahl an, Freibier für alle und komm, egal, einen Bremsklotz gibt es noch oben da. Ja, es wird wahrscheinlich so weit nicht kommen. Ich denke, es wird sich heute Abend jemand finden lassen. Hier bei uns bekommen Sie natürlich auch die nächsten Zahlen, die gleich auftauchen. Und Jörg Dimm. Ah, jetzt lebt es aber. So, Sie waren 33,3, 10 Stimmbezirke ausgezählt und das wird noch spannend. 107,7 Radio haben mit der Wahlsondersendung aus dem Rathaus. Zwei entscheidende Neuerungen gibt es bei dieser OB-Wahl. Es gibt keine Stichwahl mehr und wer die meisten Stimmen bekommt, hat gewonnen. Und der Oberbürgermeister wird für sechs Jahre gewählt. Man hat eigentlich mit einem Kopf-an-Kopf-Rennen gerechnet. Und in den letzten Wochen tauchte das Gerücht auf, es könnte auch ein Dritter dabei sein, nämlich Jochen Riechel von den Grünen. Im Augenblick laufen sehr aktuell die Ergebnisse ein. Und bei 30 von 169 Stimmbezirken gibt es zunächst mal ein sehr klares Kopf-an-Kopf-Rennen mit einem abgeschlagenen Jochen Riechel, 33,9 Prozent für Jörg Dimm und Jochen Weber, 32,1 Prozent. Robin Herrmann ist jetzt mal ins Publikum gegangen. Sucht sich ein paar Jusos aus oder einige von der Jungen Union, die flüchten gerade alle. Auffallend rot ist es hier in der Ecke, insofern denke ich mal, ich bin hier richtig. Ihr seid, glaube ich, ihr könntet mit einem Oberbürgermeister Jochen Weber leben. Auf jeden Fall. Jetzt ist es im Moment so, dass es noch nicht so gut aussieht. Es sieht ganz gut aus, aber liegt zumindest hinten. 31,5 zu 34,6. Wie ist die Stimmung? Also ist die Hoffnung groß? Ist die Gewissheit eigentlich da, dass das noch gedreht wird? Wie sieht es aus? Die Hoffnung ist groß und ich bin mir sicher, dass was du noch nicht ganz ausgezählt bist. Okay, das werden wir gleich mal klären. Wie sieht das hier aus? Es braucht noch ein paar Stimmen. Was macht dich zuversichtlich, dass es noch gedreht wird? Nichts, das ist schlecht mit einem Jusos-T-Shirt. Einfach baff von der Stimmung hier. SPD-T-Shirt auch an. Was ist so das größte, das Hauptargument für die Union? Na ja, ist ein toller Typ, nicht? Ein toller Typ. Ja gut. Wir werden mal weiter Argumente sammeln für alle Kandidaten. Letztendlich werden wir uns so ein bisschen unter den Leuten wünschen. Und ich bin gespannt, was wir kommen. Ja, wir haben ja bei 107 Radio Hagen in den letzten Wochen und Monaten viele Argumente gesammelt. Natürlich auch viel bei Ihnen reingehört, was Sie so für Wünsche an den Oberbürgermeister haben. Wenn es denn Wünsche an so einen Posten sozusagen gibt. Und wir wollen jetzt mal reinhören, eine nicht repräsentative Auswahl. Halben sollte ein bisschen attraktiver sein für Externe. Es scheint so, als würden alle aus Hagen ausziehen. Einmal die Buslinien, dass man da auch mal nach 21 Uhr deckt kommt. Ein bisschen mehr Kontrolle abends auf den Straßen. Mehr Polizeipräsenz vor allen Dingen. Und die Sparkassen-Arena, also Gebäude, die Basketball-Halle. Das wäre mein Wünsche. Dass da mehr Geld investiert. Also sprich jetzt für Hagen, dass sie jetzt mehr machen können. Sprich jetzt neue Spielbäste machen. Das sind also sicherlich ein paar Themen. Öffentlicher Personennachverkehr, die Basketballer wurden angesprochen. Wir wollen jetzt unseren Juso-Freunden, die gerade noch etwas sprachlos waren, ganz kurz ein bisschen was zum Jubeln geben. Wir haben hier sechs Stimmbezirke, die in Haspa ausgezählt wurden. Also wirklich nur sechs Haspa-Bezirke. Und große Überraschung, Jochen Weber liegt vorne. 41,3 Prozent vor Jörg Lehm 28,8 Prozent. Ja, ich möchte mal die andere Ecke jubeln lassen. Nämlich den Hagen und Norden 14 von 37 Stimmbezirken ausgezählt. Dem 42, Weber 26,5. Aber das ist einem jedenfalls im Norden klarer Unterschied. Ich reiche nochmal nach, die noch nicht ersten Zahlen, aber 17 Stimmbezirke in Hagen-Mitte. Fast gleich auf 31 gegen 30 Prozent. 31 Prozent Jörg Lehm 30, Jochen Weber. Also es zeichnet sich tatsächlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab. Schauen wir nochmal auf die Gesamtstatistik. 47 von 179 Stimmbezirken. Vorne liegt mittlerweile wieder 35,9 Prozent Jörg Lehm vor. Jochen Weber 30,3. So, ich würde Ihnen jetzt gerne auch mal erste Zahlen in Sachen Ratszusammensetzung präsentieren. Allerdings mit Vorbehalten natürlich 16 Stimmbezirke von 1,79 ausgezählt. CDU 29,9 Prozent. SPD 34,8 Prozent. Die Grünen 10,4 Prozent. FDP 6,5. Bürgerverhagen 2,6. Die Linke 4,4. Hagen Aktiv 8,4. NPD 0,6. Wolfgang Braz hat sich ins Kommunisch. Ja, Robin, du warst ja eher in der roten Ecke. Ich versuche mal hier, ich denke mal mehr die neutralen Beobachter hier sozusagen zu befreien. Sie schauen sich auch natürlich die Grafik an. Es sieht ja tatsächlich noch Kopf-an-Kopf-Rennen aus. Mit beiden Kandidaten können Sie reden. Also ich denke, es wäre für Hagen Glücksfall, wenn jemand von außen käme, der 30 Jahre Verwaltungserfahrung hat und der nicht in den Strukturen der Stadt Hagen verhaftet ist. Ich glaube, dass er größere Chancen hätte, hier insbesondere hinsichtlich der Finanzsituation etwas zu bewegen. Von außen käme natürlich auch ein Hass vor. Oder wie ich das weiß, das ist wirklich so. Es ist doch schön, dass wir in den Kandidaten ja vorwählen. Ich finde, im Moment, wir werden ja auch zweitagieren. Ich hoffe, dass wir ein leichter Eindruck, wenn ich Sie machen, sprechen darf, möglicherweise wie ein anderes Mehrheitsbehördienst für Hoholberg-Konferen als Frau Betracht. Das könnte sein und dass wir gut oder einfach für die Stadt oder würden die Probleme doch noch etwas fokussieren. Ja, ich glaube nicht, dass es einfacher werden würde, aber das könnte vielleicht fertig werden. Ja, kreativ wird auch dieser Abendmache, denn noch ganz so schnell wird die Auszählung der Stimmen für den Oberbürgermeister nicht beendet sein. Und das wird sicher nach 19 Uhr passiert. Seitdem ist es spannend. Wir gucken natürlich gleich um 19 Uhr auf die Landtagswahlen und liefern Ihnen gleich auch weitere Zahlen hier aus dem Wahlsaal. Wir gründen uns jedem 7, 3, die Hagenleibhaus-Demgrat-Zahl. Und hier hat es gerade Applaus gegeben. Vielleicht gibt es jetzt auch noch mal Applaus. Denn auf der Bühne steht Jörg Dehm und mit allem, wie es aussieht, sieht es sehr gut aus. Das neue Oberbürgermeister steht zur Fraktion im Wagen, das ist ein klarer von hin und her, aber die Vorentscheidung dürfte gefallen sein. Ja, zunächst mal herzlichen Glück von Jörg Dehm. Da scheint ein klare Ergebnis zu werden, als wahrscheinlich auch Sie mitgerechnet haben. Das ist so. Zunächst herzlichen Dank. Ich freue mich sehr über dieses sehr deutliche Ergebnis, weil es, glaube ich, auch wichtig ist, um die Rückendeckung zu haben, die Arbeit in Hagen in den nächsten Jahren zu machen. Keine lange Diskussion über Legitimation zu führen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei allen Wählerinnen und Wählern, die mich unterstützt haben. Ich bedanke mich bei einer CDU, die unglaublich gekämpft hat, die mich unterstützt hat ohne Wenn und Aber in den letzten Monaten. Und ich freue mich jetzt auf die Arbeit für Hagen und für eine gute Zukunft. Lassen Sie uns bitte... Lassen Sie uns ganz kurz teilhaben, wie die letzte Stunde vielleicht oder auch... Vielleicht erzählen Sie auch was vom Tag. Wie ist das gelaufen? Wie läuft so ein Tag, wenn man erst eine große Ungewissheit hat? Vielleicht natürlich ein Vertrauen in die Partei und in die sozusagen Wählerbasis. Wie war es aber jetzt gerade so wirklich im Endspurt? Also es war schon eine große Spannung da. Sie haben es zu Recht gesagt. Wir haben offen gesagt nicht damit gerechnet, dass es so eindeutig wird. Ich habe den ganzen Tag dem Grunde nach mich abgelenkt. Da ist schon eine gewisse Anspannung, das muss man ganz klar sagen. Aber es löste sich dann sehr schnell, weil der Vorsprung ja früh zu sehen war, sich dann auch stabilisierte. Und das ist natürlich ein optimales Ergebnis, wenn Sie als Wahlkämpfer in diesen Gang gestiegen sind. Herr Dehm, was meinen Sie, was hat den Unterschied ausgemacht? Wollten die Hagener jemand von außen, jemand, der unbelastet an die etwas oder extrem schwierige Situation, finanzielle Situation der Stadt herangeht? Ich hoffe zunächst mal, dass die Hagener wirklich wollten, dass Kompetenz in der Tat das Thema ist für die Spitze der Verwaltung, dass angesichts der Krise der Stadt jemand tatsächlich auch führt, der dieses Geschäft beherrscht und gelernt hat. Alles andere werden wir sicherlich in den nächsten Stunden und Tagen noch analysieren. Die Menschen schreiben ja nicht auf den Wahlzettel drauf, warum sie uns wählen oder nicht wählen. Insofern freuen wir uns jetzt erstmal über dieses tolle Erlebnis. Aber Sie haben einen riesigen Auftrags-Katalog vor sich. Ich denke mal, dass Sie... Ich denke, genießen Sie den Applaus. Ich denke, dass Sie erstmal diesen Abend und auch den nächsten Tag erstmal genießen wollen können. Denn im November steigen Sie eigentlich, um das mal lax zu sagen, erst als Oberbürgermeister ein. Mit diesem Ergebnis übernimmt man aber in der Tat noch eine große Verantwortung. Von daher, wir werden uns freuen. Wir werden sicherlich heute Abend auch feiern. Aber wir werden dann auch sehr schnell an die Arbeit gehen. Wir haben einen großen Vorteil. Dieser Wahlkampf wurde unwahrscheinlich fair geführt. Ich möchte mich bei der Gelegenheit auch bei allen Mitbewerbern ganz, ganz herzlich bedanken für diese Fairness, für den persönlichen Umgang. Jochen Weber steht hier vor und es war menschlich völlig in Ordnung. Und deshalb füllen wir uns auch... Jochen Weber hatte hier in Ordnung. Ich glaube, gleich geht es noch in die Spinne, in die alte SPD-Kneipe. Ist das was, was auch was Besonderes ist? Hat man eben schon gesagt, dass das eine besondere Kneipe ist? Ich glaube, das ist vor allem eine Kneipe mitten in Hagen, wo die Menschen gerne hingehen. Und deshalb wollen wir dort auch sein und feiern. Manches alte Gesetz löst sich schon mal auf. Und für die Zusammenarbeit der nächsten Jahre wird es auch weniger interessant sein, wer zu welcher Partei gehört, sondern ob wir es gemeinsam schaffen, die Probleme dieser Stadt zu lösen. Dazu lade ich ein. Ich habe immer gesagt, ich werbe um Gemeinsamkeit. Und das will ich auch vom ersten Tag machen. Alles Gute dafür. Notfall, vielen Dank für euch. Ich habe immer einen ersten Tag. Um 19.21 Uhr steht der Oberbürgermeister fest, auch wenn die letzten Spinnbezirken noch nicht ausgezählt sind. Wir haben hier in Ordnung bei 38 bis 39 Prozent und Jochen Weber bei knapp 28 Prozent. Jochen Weber ist in Ordnung, die haben wir erzählt, hat den guten Vorschlag für den CDU-Kanzler-Henzen. Und das ist sehr groß. Wir haben, glaube ich, nach seinem ersten Tag und nach gearbeitet. Der Einsatz hat sich nicht gelohnt. Der Einsatz hat sich nicht gelohnt. Aber ich möchte, Herr Kollege Spahn, ganz herzlich gratulieren. Ich biete Ihnen die Zusammenarbeit der Sozialdemokraten an. Wir werden darauf achten, dass bei seinem Staat uns jetzt dafür Sorgen getragen wird, dass die soziale Komponente nicht verloren geht. Ich möchte aber auch Dank sagen an alle, die mich unterstützt haben, wie insbesondere an meine Genossinnen und Genossinnen, die in der letzten Sparte mit der Verklagenmacht unterwegs waren. Ganz lieben Dank an meine Familie und meine Lieblingsgruppe Riesinger und insbesondere an Sven Sönchen, der mich fast in ehehändlichen Zustand vier Monate beteiligt hat. Ich glaube, man kann auch ganz deutlich sagen, ein Alter hat sich nicht gegeben. Die vier E-S, das ist ja auf der Bühne auch noch gerade auch schon mitgekommen, das Handshake, die ersten Worte, die haben ja schon in der Umgebung größte Bescheidungen jetzt anstehen, vor bis zur Söhnung, nach dieser Zeit. Wie ist das dann so? Ich habe es ja auch gesagt, auch in den letzten Jahren zu treuern. Das ist natürlich enttäuscht, aber deswegen ist so die Wählerinnen und Wähler dieser Stadt verschieden. Sie haben Jörg Geke Vertrauen ausgesprochen, in zweiter Sieger an dieser Tage. Und ich kann nur sagen, die Stadt besteht weiter und wir werden gemeinsam jetzt ein dickes Päckchen arbeitenden, wir werden gemeinsam mit Arbeit wünschen, um uns die Leute entschieden, den Schuhabort zu betreiben und die soziale Härte nicht einziehen zu lassen und soziale Kenntnis zu machen. Herr Kollege, war es vielleicht so, dass die Herren, auch immer noch eine Kandidatur einfach einmal, wie man das unbelastet und was rauszuhören hat, was zu tun hat? Also ich weiß nicht, ob das mit dem Unbelastet geht, natürlich mal ein Haulgangsdinger. Ich habe das nicht genau zu festgestellt, dass diese Diskussion auf vier Tage ist. Die Diskussion war anders mit dem Lebensstil, die ich entsprochen habe. Aber wie würden Sie den Fallen? Die Entscheidung ist nicht. Wenn die Kämpfe aus und wenn die Leute nicht alles umkönnen, wenn die Leute heute ein paar Tage auskamen, dann geht es gleich mal wieder in die Zukunft ein. Das ist verständlich. Wir werden morgen, wir werden das Recht räumen, das wir in den nächsten Morgen in den Straßen gestellt haben. Wir werden die Autos in den Würfel aufräumen und am Dienstag, bis es gut ist, das war, ich habe auch angesagt, so dass Rewi Röste auf jeden Fall ein gewisses Produkt. Es war natürlich auch immer. Der Fähler, der Sieger, der Jörg, 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 Geschäftsvertretung, der Jörg, der Jörg, der Jörg, der Jörg, der Jörg, der Jörg, ist etwas enttäuscht. Aber wenn man zurückblickt, ich bin jetzt 50 Jahre politisch aktiv tätig und habe in diesen 50 Jahren selbstverständlich nicht nur Siege erlebt und somit fällt es mir vom Alter her gesehen natürlich auch leicht, diese Niederlage in Anführungsstrichen zu verkraften. Wir haben hier das vorläufige Endergebnis übrigens für Alpedal vorliegen. Danach fallen auf Jörg Dehn 39,6% und 24,6% auf Jochen Weber. Das ist natürlich ein gewaltiger Unterschied. Ist da auch wahlkampftechnisch irgendwas falsch gelaufen? Also wahlkampftechnisch ist mit Sicherheit nichts falsch gelaufen. Ich kann mir nur vorstellen, dass die Bewohnerschaft im Stadtbezirk Alpedal auf den Kandidaten Herrn Dehn einfach mehr abgefahren ist als auf unseren Kandidaten Jochen Weber. In den letzten Jahren sind die Menschen dort auch Sie abgefahren als Bezirksvorsteher. Das kann man, glaube ich, zumindest zu einem großen Teil sagen. Jetzt ist damit Schluss. Sie hören auf, Sie kandidieren nicht mehr. Was ist das für ein Gefühl am Ende einer solchen Amtszeit, wo man wirklich auch viele Kontakte gehabt hat? Also ich glaube, wenn Ferdig Wölm durch Alpe gegangen ist, dann ist er da an jeder Ecke stehen geblieben, weil er angesprochen wurde. Ja, natürlich. Auf der einen Seite freue ich mich, dass jetzt mit meinen umkommenden 70 Jahren ein gewisser Feierabend in Anführungsstrichen eingeläutet wird. Auf der anderen Seite sehe ich es natürlich auch mit einem tränenden Auge, dass ich an all den möglichen Aktivitäten nicht mehr so aktiv mitwirken kann, wie ich es dann in der Vergangenheit machen könnte. Herr Ferdinand, wir wollen noch ein Ergebnis, noch kein Endergebnis, aber es ist nah dran. Der Ratswahl noch gemeinsam kommentieren, Jörg Dehn ist mit großer Mehrheit gewählt, aber im Stadtrat sieht es so aus, dass die CDU stärkste Fraktion mit etwa 33, die SPD mit rund 30 Prozent ist. Ist das jetzt vielleicht auch in der Stadt einfacher OP von der CDU, eine Mehrheit der CDU? Glauben Sie, dass das vielleicht die Stadt auch dann nach vorne bringt? Das könnte für Herrn Dehm, für unseren zukünftigen Oberbürgermeister, sicherlich leichter werden, aber bei den Problemen, die diese Stadt hat, bin ich nicht sicher, dass in jedem Falle die Parteien denn so extrem sich spalten in der Meinung, dass nicht irgendwelche konsensfähigen Ergebnisse zustande kommen können. Das wird Ferdinand in den nächsten Wochen nochmal machen, jetzt auch nochmal zum Bundestagswahlkampf, seine Kraft zur Verfügung stellen, sein Wissen. Das wird ja wohl noch hoffentlich gefragt sein, besonders im Alp, im Süden. Selbstverständlich werde ich auch beim kommenden Bundestagswahlkampf mitmachen und soweit es meine Gesundheit zulässt, auch bei allen anderen Wahlkämpfen, die noch auf uns zukommen werden. Und ich kann nur auch in diesem Zusammenhang sagen, alle, die da nicht zur Wahl gegangen sind, heute oder zukünftig nicht zu Wahlen gehen, haben aus meiner Sicht das Recht auf Kritik verloren. Einen unruhigen Feierabend wünsche ich und dabei viel Spaß. Ferdinand Röhm, Dankeschön. Dankeschön. 10 für 8, hier ist 1077 Radio Hagen live aus dem Ratssaal und wir gucken mal auf die aktuellen Zahlen, 166 Stimmbezirke von 179 ausgezählt in Sachen Rad und dafür die CDU 133, das heißt es zu den 29,7% auch in der anderen Frage, die wir haben ja auch in dem Endspurt, die wir haben ja auch in der B, gucken wir mal noch mal zu Wahlen, da haben wir unter 179,15 und einer zu der Sieger, ja, den 39,1%. Aber es gibt auch andere, auch sehr schöne Ereignisse, die natürlich auch in der Wahl auch noch stattfinden. Wir haben nämlich Besuch aus unserer Partnerstadt Mont-Luisant. Den Besuch bekommt natürlich der Oberbürgermeister Peter Demnitz. Und da braucht man einen Begrüßungsapplaus jetzt hier. Jean-François ist sozusagen ein Kind dieser Partnerstadt, denn ein Elternteil ist Hagener. Ja, meine Mutter war von Hagen und mein Vater war von Mollisson. Herr Demnitz, ich habe gerade schon gehört, es gibt auch schon eine Botschaft, glaube ich, des Bürgermeisters aus Mollisson. Ja, ich habe es gerade gehört, dass er dem Kandidaten Jörg Dehm und jetzt den Oberbürgermeister ab 21. Oktober recht herzlich gratuliert. Und er freut sich schon auf die weitere beständige Kontaktaufnahme und freut sich auch schon mal wieder nach Hagen zu kommen und hat natürlich Jörg Dehm auch herzlich eingeladen. Aber der Champagner ist nicht für den Sieger, sondern für Sie. Der Sieger wird auch ein Champagner kriegen, aber ich wollte Peter Demnitz herzlich bedanken für diese letzten Jahre, für die Beziehungen zwischen Mollisson und Hagen, die er entwickelt hat. Ja, dafür sollten wir mal einen dicken Applaus fenden. Ich wäre ja auch dafür, dass auch Moderatoren eine Flasche Champagner bekommen, aber gut, vielleicht müssen wir noch ein bisschen warten. Vielen Dank. Vielleicht geht es weiter mit weiteren Zahlen. Vielen Dank. Und ein Ergebnis haben wir vorliegen, zwar noch nicht endgültig, aber nach elf von 65 Stimmbezirken, ausgezählten Stimmbezirken, liegt die CDU bei 36,9 Prozent und die SPD bei 23,1. Das in Hagen Mitte und wir werden gleich nach acht dann auch noch mit ein paar Oberbürgermeisterkandidaten sprechen. Das gleich hier bei 107.7 Radio Hagen aus dem Rathaus. Die CDU hat gewählt und die meisten Stimmbezirken sind ausgezählt. Die CDU ist Sieger auf breiter Ebene und für die Oberbürgermeisterwahl liegt seit zwei Minuten etwa das vorläufige Endergebnis vor. Danach erhält Jürgen Dehmen 39,5 Prozent und sein Herausforderer Jochen Weber 27,2 Prozent. Es ist nicht zu dem möglicherweise erwarteten Dreikampf gekommen. Jochen Riechel von den Grünen erreicht 12,2 Prozent. Wir werden mit den sogenannten Kleinen gleich auch noch sprechen. Mit Jochen Riechel und auch mit dem Herrn Bücker von Hagen aktiv, denn immerhin respektable Ergebnisse. Das war gerade auch im Besucherraum zu hören. Wir werden gleich auch weitere Zahlen natürlich in Sachen Bezirksvertreterinnen haben. Wolfgang Bratz und Robin Herr. Wir berichten weiter live aus dem Ratssaal. Hagen hat gewählt. Der neue Oberbürgermeister Jörg Dehmen holt sich hier noch weitere Glückwünsche ab. Und Jochen Weber hat uns ja auch schon gesagt, dass er zweiter Sieger ist. Er ist ein fairer zweiter Sieger. Das haben wir gerade gemerkt und sehen können hier. Jetzt holen wir den dritten Sieger auf die Bühne. Und das ist Jochen Riechel, der Oberbürgermeisterkandidat der Hagener Grünen. Herr Riechel, die Stadt wird nicht nur etwas schwarzer, sie wird auch grüner, wenn man sich das Ergebnis anguckt. Ihnen darf man gratulieren zu mehr als 14 Prozent. Bei der Oberbürgermeisterwahl, Ihre Partei erreicht rund 12 Prozent. Das ist ein Ergebnis, mit dem Sie im Großen oder Ganzen gerechnet hatten. Oder sind Sie auch diesen Stimmen nachgegangen, die sagten, Mensch, der Riechel kann da oben mitmischen und könnte vielleicht unter dem Erster oder Zweiter werden? Also unser erstes Wahlziel war, dass die Partei endlich mal in Hagen den Landesschnitt erreicht. Wir lagen in der Vergangenheit immer deutlich unter dem Landesschnitt. Das haben wir nicht nur erreicht, sondern deutlich übertroffen. Der Landesschnitt liegt, glaube ich, heute bei 10,5. Wir liegen bei etwa 12 Prozent. Und in den Bezirksvertretungen auch ein super Ergebnis erzielt. Da sind wir sehr glücklich drüber. Mein persönliches Ziel war, ganz hoch gesteckt, Ich wollte die Hagener animieren, Mut zu haben und einen Wechsel zu vollziehen. Das ist mir nicht ganz gelungen. Ich bin mit dem persönlichen Ergebnis von nahezu 15 Prozent natürlich zufrieden. Ich hoffe, dass wir gestärkt aus dieser Situation herausgehen und in der Ratsfraktion entsprechend unseren Einfluss gelten machen können. Jetzt waren ja sozusagen die beiden Pole bei den großen Parteien. Der CDU-Kandidat von außerhalb wurde dann immer gesagt und natürlich der von hier, Jochen Weber, sozusagen aus Haspel. Wie haben Sie versucht, dazwischen zu kommen? Auf was haben Sie gesetzt im Wahlkampf? Es hat ja ganz gut funktioniert, aber was war das Erfolgsrezept? Ja, wir haben versucht, deutlich zu machen, dass es eine Alternative zu dem Weber gibt. Jochen Weber als Haspel-Urgestein und, sagen wir mal, Kommunalpolitiker, der hier mit Herz angetreten ist, aus der Region kommend. Auf der anderen Seite der Verwaltungsmensch aus der fremden Stadt, der versuchen soll, hier Hagens Finanzen in den Griff zu kriegen. Wir haben das Angebot gemacht, beides in einer Person zu finden. Ich bin Finanzfachmann und auf der anderen Seite Hagener Urgewächs. Das Angebot war da. Die Hagener haben sich nicht getraut, dieses Angebot wahrzunehmen. Wird es Ihrer Ansicht nach einfacher sein, Politik zu machen, auch für jemanden, der von außen kommt und mit diesen finanziellen Belastungen der Stadt sich auch langsam erst vertraut machen muss? Ich denke, dass jemand wie Herr Dehm, der Kämmerer ist, in einer anderen Kommune, der Kommune wird es ähnlich gehen wie Hagen, mit den Finanzfragen grundsätzlich vertraut ist. Er wird sicherlich sich hier den Stallgeruch in Hagen holen müssen. Er muss mit den anderen Fraktionen zusammenarbeiten, er muss mit den Verwaltungsmitarbeitern zusammenarbeiten. Das wird etwas Zeit in Anspruch nehmen, bis er hier Fuß gefasst hat. Ich hoffe, dass wir einen guten Oberbürgermeister hier bekommen haben, der in der Lage sein wird, die Versprechungen zu halten, die er gemacht hat. Jochen Weber hat gesagt, ich biete meine Mitarbeit an in Richtung Jörg Dehm. Wie sehen Sie die grüne Rolle im Stadtrat mit rund 12 Prozent? Was für eine Rolle spielt die grüne Partei da? Wir wollen weiter versuchen, an dieser aus unserer Sicht sinnvollen grünen Wende zu arbeiten. Wir wollen versuchen, über die neue Jobinitiative der Grünen, mehr Jobs im Bereich regenerativer Energie für die Region zu schaffen, weiter voranzukommen. Wir hoffen, dass wir da auf fruchtbarem Boden bei den anderen treffen und vielleicht einen Sinneswandel mitbereiten können, sodass wir demnächst in Hagen vielleicht mit unserer Unterstützung mehr Grün haben werden. Und mit einem solchen Ergebnis können Sie dann auch mit noch stärkerer Zuversicht in die Bundestagswahl gehen, denn der Bundestag wird auch schon in vier Wochen gewählt. Ja, den Schwung wollen wir mitnehmen und hoffen natürlich auf ein ähnlich gutes Ergebnis bei den Bundestagswahlen. Wir haben einen tollen Wahlkampf hier in Hagen gemacht. Unser Team aus dem Land und der Bund hat uns unterstützt. Das wollen wir zurückgeben und in der Bundestagswahl unsere Bundestagskandidatin, Karin Halt auf der Heide, in gleicher Weise unterstützen, wie ich die Unterstützung erfahren habe. Alles Gute dafür, Jochen Riechel von den Hagen. Danke, Jochen. ... und Parteien bzw. Wählergemeinschaften gibt, die ausgesprochen gut abgeschnitten haben. Beispielsweise liegt die FDP bei 7,4 Prozent und der Kandidat Klaus Tiermann bei 6 Prozent. Aber das konnte noch jemand tocken, der erst seit fünf Jahren eigentlich Politik macht, nämlich Josef Dücker für Hagen aktiv. Sie haben ein sensationelles Ergebnis hingelegt aus meiner Sicht. Das dürfte bei knapp 8 Prozent liegen. Sie haben es beschrieben, Herr Braz. Also ich kann es auch nicht anders ausdrücken. Wir sind sehr zufrieden bei Hagen aktiv mit rund 8 Prozent. Damit sind wir mit fünf Personen im Rat vertreten. Wir können uns aus unserer passiven Rolle, die wir im Rat immer einnehmen müssen, jetzt auch in die aktive Rolle gehen, die wir in unserem Namen führen. Ist das denn so, dass sich da etwas für Ihre Arbeit dann verändern wird? Bislang haben Sie, wir haben das jedenfalls so gesehen, immer so geguckt, was sind die Themen, wo die Bürger auch gerade sozusagen unter den Nägeln ein Problem mit haben, sind dann hingegangen, haben sich sozusagen daran geheftet. Ist das etwas, was sich verändern wird? Oder ist das genau das Rezept, was jetzt mit mehr Power sozusagen vorangetrieben wird? Zum einen, das wird auf alle Fälle auch so bleiben. Wir sind bemüht, das so aufrecht zu erhalten. Wir werden hinzubekommen, natürlich die Verantwortung, die wir im Rat haben. Und da haben wir jetzt auch Gestaltungsmöglichkeiten dergestalt, dass wir mit einer Fraktion Initiativanträge in den Rat bringen können. Wir müssen nicht immer erst 10.000 Unterschriften sammeln. Wir können auch schon wesentlich früher und gut begründete Anträge so in den Rat anbringen. Sie konkurrieren im Grunde ja mit Jürgen für Hagen, vielleicht mit den Linken und anderen Gruppierungen. Aber dass Sie stärker als die FDP in der Stadt der Liberalen hier in Hagen abschneiden, das war nicht abzusehen. Insofern vermute ich mal, dass die fünf, also die vielleicht mehr als drei sind, nachher überrascht sind, dass sie plötzlich im Rat sitzen. Dass die FDP überrascht ist, dass Hagen aktiv im Rat sitzt, das mag ich nicht zu beurteilen. Ich denke aber, dass die FDP auch so weit vorgedacht hat, dass das durchaus möglich ist. Freie Werder-Gemeinschaften sind im Trend, das sieht man landesweit, das sieht man bundesweit. Wir haben eine zusätzliche Qualität. Wir treten dafür an, dass wir mit mehr Demokratiewagen in Hagen insgesamt auch die Demokratie und auch die Mitbestimmungsrechte nach vorne bringen wollen. Wie haben Sie Ihren Wahlkampf gesehen? Haben Sie den vor allem am Stand gesehen? Haben Sie den auch auf vielen Terminen überall in der Stadt gesehen? Was war da Ihre Strategie? Unsere Strategie war, möglichst frühzeitig mit einem ganz massiven Auftritt in der Stadt zu erscheinen, damit dem Bürger klar ist, Hagen aktiv gibt es. Und Hagen aktiv hat den Namen aktiv nicht nur im Namen, sondern auch im Programm stehen. Wir sind gespannt, was in der neuen Legislaturperiode alles vor Ihnen kommt. Wir freuen uns drauf. Vielen Dank für das Glück. Kurzfahrt 9, 177, Radio Hagen hier. Wir haben das vorläufige Endergebnis in Sachen Bezirksvertretung Alpedal. SPD 29,8 Prozent, CDU 30,2 Prozent. Es könnte durchaus sein, dass am Ende der Ausstellung nur noch Haspel einen SPD-Bezirksbürgermeister hat. Wir wollen natürlich auch jetzt aktuell wissen, wie es in anderen Städten des Landes ausgegangen ist und besonders, wie es in den Landtagen im Saarland, in Sachsen und in Thüringen gelaufen ist. Wir schalten zu Anja Buschius in unser 107-7 Radio Hagen-Studio. Tja, und wir haben noch ein vorläufiges Endergebnis der Bezirksvertretung Hagen-Nord. Und da sieht es so aus. CDU 42,4 Prozent, die SPD 27,1 Prozent, dann die Grünen 9,9, die Hagen aktiv 7,4, FDP 4,7. Also gewählt ist natürlich Dieter Kohout.